Hallo Judith, hallo elektrischer Mönch. Ich heiße Milla, ich bin acht Jahre alt. Ich würde gerne wissen, warum es den Adventskalender gibt. Dazu setze ich mich jetzt an meinen PC und klicke mein geheimnis Terminal an. Hallo elektrischer Mönch, bist du da? Ich bin da. Glauben kommt von Fragen. Ich bin Judith und arbeite für das Bistum Osnabrück und ich habe mein Büro hier direkt am Dom in Osnabrück. In diesem Podcast werden euch ganz viele Fragen beantwortet zum Thema Gott, Religion, Bibel, Jesus, zu christlichen Traditionen und Festen und auch spezielle Fragen, auf die ihr vielleicht noch keine Antwort gefunden habt. Die werde aber nicht ich beantworten, sondern jemand, der das viel besser kann, nämlich mein Kumpel. Das ist der elektrische Mönch. Den kann ich hier in meinem Büro jederzeit anrufen und dann kann ich ihm so viele Fragen stellen, wie ich möchte. Mönche sind ja schon seit Ewigkeiten dazu da, Dinge zu lernen und viel zu lesen und auch Wissen aufzubewahren. Und ich bin sehr gerne in unserer digitalen Bücherei unterwegs und versuche mehr über die Dinge zu lernen, die es so zu lernen gibt im Bereich von Glauben und Religion. Aha. Wenn ihr auch eine Frage habt, die ich dem elektrischen Mönch stellen soll, schickt mir eine Sprachnachricht oder eine Mail. Alle Infos dazu findet ihr auf der Internetseite bistumosnabrück.de-podcast. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt neugierig, denn Glauben kommt von Fragen. Glauben kommt von Fragen. Der Kinderwissens-Podcast mit Judith und dem elektrischen Mönch.